Ich weiß nicht, ob das ein Gewitter ist, keine Ahnung, aber es zieht auf jeden Fall dabei ein Sturm auf. Soviel ich weiß, haben die wieder Regen gemeldet. Da wird es ganz schön kalt. Sorry, dass Krachen im Hintergrund ist, ich habe nämlich Rado an, falls die Umwetterwanderung kommen sollte. Da hinten in den Bergen regnet es schon bei Enste. Nur kurz die Tür zu machen, jetzt kommen die Nachrichten. Die wollen wir nicht hören, die Nachrichten. Ach was soll's, die Tür geht immer wieder auf. Ich stelle mich ein bisschen weiter hinten hin. Wenn es euch nichts ausmacht. Der Wild wird immer heftig, als ob die heute Sturm gemeldet haben. Und hier sieht man den Regen. Könnte so eine Gewitterfallböhe sein, ich weiß es aber nicht. Oder eine Regenfallböhe. Die Wolkinformation spricht, wenn der das heute und Wetter kommt. Jetzt wollte ich eigentlich unterwegs sein, aber... Bin ich jetzt gerade etwas etwas nass geworden, ein bisschen. Fängt es ja schon an zu richten. Ach ja, es regnet denn jetzt schon. Ach du grüne Neune. Warte, jetzt sehe ich da jetzt etwa... Oah, krass. die flog ganz nah da ist glaube ich die zweite krähe ich glaube die haben ihre babys gekriegt ich weiß es aber nicht und die schlägen hunde schlagen auch schon an sehe ich der zweite habe nicht mehr kann es euch doch mal näher ran zu ja haben sie gerade gesagt regenschauer man sieht in die berge hintergrund dichter hier sieht man noch das raps auf dem feld es ist keine menschenseele draußen leider wenn das gleich der szenario kommt muss ich leicht bitter essen wenn ich euch schon mal eine malzeit leute es wird der regen auch ein bisschen heftig damit ich euch ein schimmer eine schöne malzeit